Die heutige Honigbiene ist das Ergebnis jahrzehntelanger Zuchtarbeit. Für unsere klimatischen Bedingungen hat sich die Karnika Bienenrasse besonders bewährt. Sie ist winterfest, hat eine rasche Frühjahrsentwicklung, ist äußerst friedfertig und bringt einen guten Honigertrag. Die Imkerei Grubmüller bietet Früh-, Sommertracht- sowie Waldhonig an. Wir haben langjährige Erfahrungen im Bereich der Honigproduktion und Königinzucht, bzw. Reihenzucht. Ziel der Reihenzucht ist es, die Verhaltenseigenschaften der Biene weiterhin zu verbessern und zu festigen. So ist zum Beispiel durch die Friedfertigkeit der Karnikabine ihre Haltung auch in dicht besiedelnden Gebieten möglich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020